und direkt geht's wieder weiter Jutta das vorlesen wenn du möchtest Jörg Rüßt Rom ist auch oft besser mehr bei Baut Uhr ist muss die Klaus bis auf das Bett Kelle verredet die Smoky Telling Wörter Trägerin Sonne ja die Sonne muss jetzt unbedingt zu haben ja Woher ist der Treffer? Wie können wir auf diesem Planeten kommen? Lass das Spiel nicht weitergehen. Hey, lass uns den Professor fragen. Gute Idee. Sie reden ja alle, sie reden ja alle. Sie reden ja alle. Ja. Dann wollen alle die Freunde zu dem Professor aus dem Haus. Oh, McDonalds. Okay, okay, ich kann dir helfen, mein Freund. Das ist der Kentucky-Fried-Chick, Mann. Nein. Ich kann ein Rocket-Chip für deine Reise machen. Und der dicke Typ, der auch sieht wie Loba. Ja. Und alle anderen komischen Monster hier. Und diese... Wieso kommen die auch mit rein? Okay. Sie hüpfen und einfach so rein. Zweidimensional, dreidimensional mäßig. 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow, wow, was für eine Flamme. Oh, Alter, das ist ja voll realistisch. Und die Stehdinger sind immer noch dran. Mit die Rakete eben standen. Oh voll Aaaaaaaah Jaaaa Wir wollen das, unser Rocket Chip ist weg Wie geil die einfach voll rein fahren Wir sind stock auf dem Plan Was tun wir zu tun? Komm schon, cheer auf! Ich denke wir können das Rocket Chip Ja, sieht doch voll so aus Wir müssen alle schauen, um ein Ort zu helfen, um uns zu fixieren. Wir sind mit ungefähr 8 Parts, wir sind schon Part 13, nee, 14, geil, wann jetzt einfach weiter, so, und weiter in dieser merkwürdigen Welt und, okay, wenn du die Musik hören würdest, ich glaube, du wirst mich umbringen. Ja, zum Glück, nur keine Gravitation, geil, ja, cool, guck's dir an, ja, ich kann auf einmal sauerhoch springen, was bist du denn, alter, wie stellen die sich den Mond vor, weißt du, ist hier der McDonalds-Mond, holen sie ihre Burger auch, ja, scheiße, scheiße, irgendwie was draußen, ja, ich kack dich an, Burger, ja, ich kack dich an, Kacken und Superameise, alter, ist das krank, nein, ist es nicht. Das ist ein, wie sie sich echt cool aus, auch sie auf diesem Mond, ja. Sie sind's richtig krank, irgendwie, gerade. Das ist ein ganz besonderer Mond, warum ich es sag. Oh, man Leute, ich will das Spiel nicht weiter machen, oh, man, ich will das Spiel nicht weiter machen, oh, man, ich will das Spiel nicht weiter machen, oh, man. Das jetzt will ich genießen, ein Let's Play, so lange ist da, als du wirst es nie wieder, Let's Play dürfen, so rum und so, dass ich, ich werde wieder Let's Play müssen, wahrscheinlich. Nein, 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 wirst du nicht, wenn ich auch nicht, du, genieß es, also, ich genieße es. Ja, komm, wie toll das Spiel ist, ja, das Spiel ist, ja, ich bin, gar nicht schlecht aber wieso wird das jetzt so die länge zu holen weiß was weiß was ich geil finde so dass ronald so seine ganze armee damit genommen ist der einzige wirklich in diese verrückten fischer da kann man alle anderen warten dann nur bis er alles weggeräumt hat einfach die rakete voll in die modellin und rakete ist gebrochen wie kann das mitgerechnet ich habe echt nicht mitgerechnet weil weißt du das ding das hat schon beine und die rasen da einfach ja und da ist es kaputt ich verstehe das nicht ja es sieht fast so ein bisschen aus dem zerg ja genau so ja das mond level ist richtig cool weg der gravitation und den stein der hintergrund so abgefahren da war alles schwach ist es war auch drogen gesetzt jetzt kuhle nein nicht jetzt ja es ist gestorben der steine überall und es ging hier ab bis hier ist ja auch so riesige und denken dieses im mond steine rumfliegen irgendwie einfach so steine durch die gegen fliegen er sollte mal über den hintergrund an er ist das schon was für planeten alles sind ich kann mich gar nicht daran erinnern hier gibt es auch nicht okay gut dass diese so nebeneinander ist heiler ist das spiel krank wo sei wo sei die sonne und was ist das in der grad stand da und ach du scheiße ich verstehe was bist du denn ach ich kann einfach runter tschüss ich lass mir kraften aua wieso tun mir hände eigentlich immer weh ende hände okay los geht zum mcdonalds viel schnell bei mir ja genau mcdonalds auf dem mond was bist du denn ein insekt wo ich mich draufstehen kann auch wo ooo ooo egal hier kommen jetzt einfach steine raus wieso auch immer tanz auf woher gegen sich wie geil sie so ihr wirklich wehtun wollen ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht verstehe es nicht auch ooo das hier auch fressen krank die steine fressen sich auch kennt jemand den film von meinen zuschauern um dem augen ist er weiß glaube ich hieße ist dann zappen auf jeden fall das könnte man david fein zu sein ist der hilfe exakt tschuldigung ich wie du weißt matze mag ich keine horrorfilme warum ich weiß nicht du hast mich ja mal gehört wie ich euch nur beim zuschauen beim zuschauen zugehört habe genau egal diese steine sind egal wer hier gestimmt hast du die mit dem clown nein ähm ähm blärmisch mal also das ist ja gut ja mensch ja mensch was jetzt mal ja ein start mensch wow wieso lässt es auf einmal nach oh mann das ist ja noch abgedreht als alles davor was soll das selber schuld so weißt du willst dass das projekt vorbei ist da hast du es richtig verdient dass du noch mehr kommst ja danke für die johle wieso kalt warum kann rundweg doch nicht gedückt laufen ich weiß nicht das ist das ziel ja und ich bin direkt in den planeten drinnen geholfen äh ooooh aha mann nicht vom planeten aufgefressen worden was soll das spiel rein da einfach reinstecken oh und ein scrolling level aber wie schnell ja geil hot da hormone ist da was ist da k VISTA hoffentlich mcdonalds raumschiff auf wual nad Shii, was ist denn jetzt los? Alter, ich bin Jude, es wird von so einem riesigen Schiff angegriffen. Es ist richtig, ja. Warte, McDonald es ist unser Hütter. Warte, McDonald, der größte Action-Anhalt der Geschichte, ey. Das ist der Action-Anhalt, das ist noch mehr als Action. Ja man ey, was ist das hier für ein Vieh, ein Ameisenbär mit Laserkanone oder was? Voll abgedreht. Das ist eine Mischung aus Laserkanone, aus Giraffe, aus Ameisenbär und Ufo. Guck mal, wie sie auslachen so aus dem Fenster. Oh, ihr würd sterben. Weißt du, ihr macht es einfach so zum Spaß. Blastet ihr da erstmal diese ganzen... Vielleicht münden sie auch einfach kein Fast Food. Weißt du, das sind gesund lebende, ey. Ja, deswegen können sie auch Laserkanone schießen, denn wenn ihr gesund esst, dann könnt ihr Laserkanone schießen. Jetzt echt? Ja. Muss man mal ausprobieren. Okay. Oh man, wie soll man das denn schaffen? Wieso hat das Spiel so einen harten Schwierigkeitsgrad? Ja, weil du auf normalen spielst, ist das Garten nur leicht und normal. Das kann man doch nicht auf... Das ist einfach einfach, aber leicht war in Polen gewesen. Du spielst auch normal. Ich bin halt cool. Ich bin selber schon doch mischwendiger. Oh, hier kann man nur, das Spiel ohne das nächste Spiel und... Oh Gott. Oh Gott. Er ist schon leidus. Oh Gott. Er saugt mich auch. Er war Leider zu ganz gechillt weg. Und der grinst immer dann als manque. Oh, er hat immer noch geblieben. Oh, ich find's voll geil, dass sein Arsch angepasst wird. Oh, er macht dieses Spiel... Höhe! Da liegt überall Gold rum! Oh nein, bitte! Oh Gott. Das ist ein Level! Oh Gott! Und jetzt! Hey, jetzt stehe ich auch so Arm drauf! Megapäuste! Ja! Megapäuste! Äh... Guck mal, was da im Hintergrund für ein Typ ist. Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? Hör! Hab ich eben so gesagt, dass da so n Typ ist? Au! Wieso kotzt da, bei dir? nicht, aber er macht mir Angst. Ja, es ist die erste Person hier. Au, au, au. Ich verstehe es eh nicht. Okay, Leute. Wir haben jetzt erstmal wieder genug Zeit für diese Folge herumgebracht. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich genieße es irgendwie in gewisser Art und Weise trotzdem rollen. Macht sein McDonalds-Zeichen und du erzählst mir jetzt, was du von diesem Spiel gelernt hast. Ähm. Ich weiß nicht. Irgendwie trau ich Aliens nicht mehr über den Weg, weil irgendwie sie sind das gleichzeitig Arme, sind wären Giraffen und türkische Pizza gleichzeitig. Dieser Mund dort hinten. Ich weiß nicht, was du uns sagen will, aber labert die ganze Zeit. Das ist Rüdiger. Ich glaube, wir würden uns sagen, ja, ich werde die Erde nicht regieren, wollte ich schon fast sagen. Und ich weiß ja, und Ronald McDonalds findet es geil, wenn man seinen Arsch massiert, wie man gerade an den schönen Händler gesehen hat. Ich finde sowieso alles geil. Der grinst ja immer noch. Guck, ich bin im Weltraum. Okay, gut, das war's erstmal. Danke, dass du dabei warst. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das Spiel wieder künstlich in die Länge gezogen wird. Insofern, bis zum nächsten Mal, liebe Leute.